neues spiel neues glück was ist warum zitronis du bist im falschen clan sehe ich gerade was ist da los was ist da los okay hier sind einige rausgehüpft nee das war es nicht radio message real egal ich muss es mal in aller ruhe noch mal ausprobieren habt ihr eigentlich diesen diesen soundblaster dieses soundblaster dings mal ausprobieren ich jetzt persönlich nicht mehr ich hab weiß gar nicht was das bringen soll ehrlich gesagt das ist eine ziemlich fiese nummer weil das macht die schritte laut und die schüsse leise du kannst dann quasi die schritte ultra laut hören du kannst die schritte ultra laut hören und die schüsse hast aber leise macht schon also ich kann mir vorstellen dass es einen riesen unterschied mann ja gut es könnte ausprobieren ich habe eine stelle gefunden weiß der sks ebenfalls kann ich immer kann ich nicht nutzen die sks ist ganz furchtbar ja 50 50 ist bei mir so wenn die rattert dann rattert finde ich aber die meisten was ich herausfunden habe immer mk12 erledigt mich ja mark zwölf ist top man wo du schon das hätte die kreuz ist ja nicht mehr da wo sein soll also ich habe auch viel mark zwölf gespielt und ich spiele mittlerweile viel lieber die mini weil der bullet drop einfach nicht so krass ist die wurde ja auch verbessert dass ihr habt das gelesen oder marke um gott da ist sind einige ich habe kein ich habe kein stück ich kann hier leider nichts machen aus dem vier ja vier werden ich gerade in die hinein doch du bist da ziemlich nah dran ja genau brain die sind bei dir da waren zwei grad ja die sind richtung zitronius ich habe ich habe es ausgenockte aber der lebt noch da ist der andere im haus ich push rein ja der andere ist draußen ausgenockt gut auto auch ein visier ja hier stopp jetzt hier ach so ich gehe mal hier zur lagerhalle danke 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 wie jungs ich habe meine muni war ja versöhnt hier ist nur ein dreier scope schoss ich habe noch niemanden helm aber den helmen aber keine visiere die haben den loot umgeändert also irgendwie ist immer findet weniger loot als ich habe den achterscorp gefunden würde ich tauschen wenn jemanden 6er hat und es gern spielen möchte ich habe kein 6er ohne es jetzt mal mini 14 probieren wir jetzt mal ich habe ein zweier du willst kein 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 zweier fahren wir dann mit der hinteren fähre nach rüber oder was ja das ist eine gute idee ja das machen wir ja hier ist ein auto warte mal ich fahre immer kurz empfehlen was ich hier bei mir magt jemand bei mir und marke die vermisse sind verbandskästen aber frei seitlich schalte mp wie soll ich denn mitnehmen für jemand habe ich schon ne brauche ich nicht und ich verteidige den anderen meine bürger habe ich oh hier war schon einer jawoll 6 fach gefunden mag jemand das 8 fach haben ja 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 bringe ich den mit oh hier ist nochmal ein 8 fach geil nehm ich ja hier also dann hole ich mir auch nochmal eins hier wenn noch eins da liegt hier ist noch eine slr oh ja doch slr wäre hier noch jetzt bin ich der glücklichste mensch ich habe eine m4 eine m4 eine mini munition ohne ende und nach der anderen mini und schalte oh mein gott ja solche spiele hasse ich wenn du das hast was du willst und dann passiert immer irgendwas furchtbares ja also mit positiv ja das ist ja extrem ja du loot ist fünf stunden rum und dann zack hat schon weg ja und fragst dich manchmal wo das jetzt auf dem wo plötzlich herkommt kommt unter dir ach komm das kommt da raus hier bitteschön ja ja wir müssen wir müssen wir müssen ja nimm mal die nimm mal die nimm mal die warte wir fahren wir fahren jetzt mit unserem auto okay ach guck mal Und die Fähre gerade verpasst, hey, echt? Ah, und die Zone konnte, dann sollten wir hier schon sechs Waffen, ja? Oder nehmen wir dieses Boot hier, komm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, wir sind gerade. Was denn? Da wir ja alle bis zum Abwinken Medi-Stuff haben, ist das überhaupt kein Problem, wenn wir hier ein bisschen chillen. Kann ich mit dem Boot jemanden überfahren? Ich habe Angst. Ich glaube, ja, warte. Oh mein Gott. Also ich habe tatsächlich nur Schmerzmittel in den Teatrinks, sonst habe ich nichts gefunden. Also wäre gut. Das hat natürlich keinen Kofferraum, alles klar. Da wäre über unsere Fähre gekommen. Ach, Leute, Leute. Also wir geben, wir geben dir auf jeden Fall dann als allererstes mal ein paar Medi-Stuffs, sobald wir an Land sind. Ja, ich habe Verbände, das reicht eigentlich. Das ist Phase 1, das geht. Wenn wir hier hinkommen mit dem Boot, ja? Dann können wir nochmal looten. Oder, ja, hier werden wir an die Schuhe kommen, das ist Klippe. Welchen Marker willst du denn? Die drei? Ja, die blau. Ja, okay. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ich war auf der Karte unterwegs. Ich war auf der Karte unterwegs. Ihr habt die Karte. Der einzige Poller auf hoher See. Ja, aber wenn du so einen Flickschuss triffst, dann ist das ja schon mal ziemlich mächtig, ehrlich. Ey, das ist totes, das hat mich auch gewundert, tatsächlich. Auch, dass das so schnell reagiert hat, dann aufgehört da zu schießen auch, also, ne? Da war der Anklop. Ja, wir brauchen das nächste Auto auf jeden Fall. Oder wir müssen hier raus, hoch und dann loslaufen. Wo schwimmt einer? Wo? Jetzt ist er abgetaucht. Ja, Mann. Nein, nein, ich sehe ihn. Ne, wir lassen, wir müssen raus, es hilft nix. Fast Treffer. Kommen wir hier raus? Ne, ne? Bei der Brücke können wir hochlaufen. Wer hier wäre man nicht gekommen, ne, ne, ne. Wer braucht denn jetzt noch Medi-Stuff? Meine wenigstu. Also da ist, sind fünf. Das ist die Hälfte von dem, was ich hatte. Ja. Kommt der Typ jetzt. Erste Hilfe, Kipps. Ne, der im Wasser ist, ist stoben, glaube ich. Ja, ne, danke. Okay. Die Boots-Männer. Na gut. Jetzt brauchen wir noch ne Karre, ne? Motorrad steht da vorne. Ja, Motorrad. Und ich bin der Meinung, dass ich auch ein Auto gerade gesehen hatte. Wir gehen mal auf den Berg. Oh, Schall, Dämpfer, ich habe irgendwo gehört, von links. Ne, das waren die Bomben da. Einstecke. Stimmt, ja. Genau, das sind, das ist die rote Zone. Das ist halt frei, soweit. Okay. Warten wir mitfahren, dann suche ich mit dem Motorrad ein Auto. Ja, ja. Äh. Ja, ja. Wir rennen schon mal weiter durch. Ups. Jetzt bin ich abgestimmt. Wo kriegen wir denn ein Auto her? Da vorne ist eins. Da vorne ist eins, ja. Aber wir nehmen den Buggy. Oder ist wurscht, ist wurscht. Ja, ja, nee, ist egal. Gebt zu viert. Ja, es sieht doch gut aus, ne? Komm, komm, lass den entgegenlaufen, links. Leon. Ich hätte den Taxi auch so gerne, ey. Den Taxi-Skin. Taxi-Driver. Top-Film. Top-Film. Fahr mal irgendwo weiter rein, oder? Ja. Ja. Versuch mal auf dem Berg da rechts hoch. Berg ist immer top, high ground. Müssen wir aber auch aufpassen, könnten wir hier oben sein. Ja, Schüsse von links hinterm Berg. Die sind ja nicht ohne. Ja, ich glaube, wenn da oben welche wären, dann hätten wir das schon mitgekriegt. Okay, es sieht gut aus, erst mal. Ja, niemand da, alles ist frei. Irgendwo, Schüsse. Ja, der Typ ist. Ey, schon wieder diese Scheiße hier. Beim letzten Mal sind wir hier richtig draufgegangen. Exakt gleiche Situation. Du bist so was, was war los? Exakt gleich da drin, in dem roten Haus, hat irgendwo einer rausgeschossen und ich glaube, mit dem Leon war das, dann haben wir gepusht und der Hopps, der schießt auf mich. Ja, der schießt auf mich, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ach, der ist auch noch auf den Boden. Rechts Schalldämpfer. Wo ist denn das hier? Ich bin Eke. Ich muss mich ganz kurz zielen. Der Typ hatte aber noch Buddies dabei, der ist nicht sofort umgefallen. Hier, äh, auf dem Feld. Trappen. Oh, er will. Hehehe, geil. Ach, da. Ich hab's sofort angegangen. Äh, nee. Oder? Noch 19. Aus dem Norden. Da ist auf jeden Fall einer drin. Ich bepusche hier vor an den Stein. In dem roten Haus? Da waren ja vorher Schüsse zu hören. Also, sollte eigentlich sein, ja. Okay, dann schauen wir mal. Das ist schon wie oben an der, was ist denn das? Eine Kirche, ne? Eine Kirche. Ja, die hab ich dir an seinem Blick. Und rechts ist das auch aus. Ja, die Kirche, die hab ich. Wie ist denn das eigentlich, wie kann man dieses Overlay machen, dass man sieht, wer in Discord redet und wer nicht? Das ist bei Compt-Modes-Videos. Da muss ich Elias fragen. Der hatte mich auch drin gehabt. Und da hab ich gesagt, das find ich nicht in Ordnung. Meine Stimme, okay. Aber nicht mein Name. Muss nicht sein. Das, ähm, ich hab's auch aus... Ja, von dahin komm, Schüsse. Ich hab's auch ausgestellt. Das kannst du auf Ausstellen. Und irgendwann war's halt nicht mehr zu sehen, tatsächlich. Aber das ist nur, wenn du mit Discord direkt aufnimmst und streamst, oder wie ist das? Nee, also ich weiß nicht, wie es mit dem Aufnehmen ist, sondern jetzt grad so, wie es ist. Also wenn ich jetzt über Discord einen Stream machen würde, würdest du nicht sehen, dass das jemand von uns spricht. Ja, weil ich nehm mit OBS auf und ich hab das noch nie, also ich hab das noch nie hinbekommen, dass man das sehen könnte. Da braucht man wahrscheinlich wieder irgendein spezielles Plug-in oder sowas. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, hä. Pushen wir mal gemeinsam. Ja, okay. Äpfel, schüttel, linke Flanke. Aber das hört sich nach Bots an. Das ist vor uns ja, das kann sein. Die sollen ja jetzt wieder besser werden, die Bots. Ich bin nicht sicher, also bei den Casuals sind sie, glaub ich, nicht gut. Aber wenn du normale Matches spielst, dann sind sie so gut wie die Lobby, glaub ich. Kann das sein? Also ich find manchmal, das ist schon heftig. Wenn sie dich im Visier haben, dann drücken die O-Jud ab. Ja, das stimmt. Wenn du nah dran bist, dann machen die, ja, das stimmt, dann treffen sie auch. Vorhin der mit der Pappgun da oder was der hatte, legen die O-Jud ab. Gegner hier, mein Marker. Ich krieg ihn nicht rein. Oder Marker. Oh, hier ist ein Loot-Drop. Hammer, der war allein. Jungs, gib mir mal Deckung, ich geh zum Loot-Drop, ganz ehrlich. Ja, okay, ne MK-12er hier. Das war's. Der wurde schon, der wurde schon gelootet. Ja, ja. Du, Leute, also ich, hier sind irgendwo Gegner. Roter, also nordwestlich von uns sind Gegner. Ja. Siehst du mal hier so unten, glaub ich. Das sind vermutlich Gegner. Da vorne, links von uns, links von uns Gegner. Ein Hit. Ein Hit, noch ein Hit. Ich hab genau den Stein davor. Down, knock, knock. Oh, der hat mir auch noch einen Kick-Pop abgegeben. Da müsste noch sein Homie sein. Ja, der smoked ihn ab. Oh, okay, das bedeutet, es ist ein echter? Ja, das war ein echter, auch so wie die sich bewegt haben. Was ist, ist im Rauch noch einer? Ist der letzte sofort down gewesen? Ich glaub ja, gell? Nee. Ja, doch, hier ist schon einer. Da ist er noch. Down. Lol. Da war der, ich bin schon weitergelaufen. Ich hab gedacht, das war... Äh, Mann, Alter. Hier unten müssten noch welche sein. Von meinem roter Marker. Äh, wo war ich denn jetzt gerade gewesen? Hier. Oh, Mann, warum markiert er denn jetzt schon wieder nicht? Gegner, Gegner am roten Marker. Jetzt nicht mehr. Nice. Versuch zu checken, wo der Linke kam. Wir stolpern hier voll in der Zone rum und die Gegner kriegen aber irgendwie nix auf die Reihe. Das ist... Er regt mich auf hier. Links Auto. Hinter uns. Ja. Achtung, Citronius hinter die Auto. Die kommen auf dich zu. Oder auf uns. Ey, der Pister. Die Roll. Ich höre sie nicht mehr. Im Haus unten auf jeden Fall. Moment, waren die Geg... Sind die jetzt bei... Sind die jetzt bei Südost? Aus Südost? Ich habe... Oh mein Gott, ich habe einen geholt auf lange Distanz. 349 Meter. Und hier unten waren auch gerade Schlüsse zu hören. Oh, hier sind zwei Autos links. Aber ja, das waren unsere Dinge, okay. Ich schaue mal nach hinten. Ich habe echt Panik, dass da eine von hinten kommt. Ich höre ein Auto. Hier, bei mir kommen sie. Bei mir kommen sie. Ich sehe das Auto. Marker, Ruder, Marker. Ja, das sind die Letzten. Wenn die zu trutzeln. Rotzt einfach aufs Auto, dann explodiert es. Wo der grüne Marker war und da waren sie ein Bätsch im Haus. Okay, ich decke mal hinten ab und gucke mal hinten. Wenn ihr die vorne beschäftigen könnt. Boah, der hat mich... Boah, ne... Nice. Der ist Dragunov Headshot. Wo ist der? Der ist hier am Auto. Okay. Wir haben Pustuch von weiter links. Ja. Ah, ja. Oh, er hat den Garnatisch. Oh, nice. Oh, man explodiert das Auto nicht. Ich habe auch ein paar Mal an diese Böschung dran geschossen. Das war voll dumm. Ich habe an die Grasnarbe, glaube ich, ein halbes Magazin geschossen. Ich habe leider keine Smokes, nicht? Alles gut. Der letzte ist unter dem Haus. Nee, weiter links. Nee. Es sind noch zwei. Ja, der weiß, dass wir dann nach vorne müssen. Warte, Leon, warte, Leon. Ja, ich... Ich glaube, das ist ein Bord, oder? Fällt sich so an. Ah, der steht einfach da unten in der Pampa. Schau dich das an. Roder, Roder Marker. Ja, ich habe ihn. Treffer. Down. Er ist immer noch alle übrig. Der letzte ist dann auch ein Bot. Ja, der letzte ist dann auch ein Bot. Das gibt es nicht. Seid bitte vorsichtig. Seid bitte vorsichtig. Das letzte Spieler auch. Ja, ich werde jetzt rein. Es wäre jetzt voll gut, wenn der Bot uns alle killt. Ja, da ist der Bot. Wo ist er? Wir sind nicht hier irgendwo. Ballert. Der hat mich voll getroffen. Echt? Ich sehe nicht. Der kam Level 3 Westa an, ja, und so. Der hat mich üblich getroffen. Echt? Er macht mich... Wenn er mich jetzt nochmal nackt, flippe ich auch. Oh nein, sorry. Alter, Leon. Yo. Alter, Leon ballert. Der habe ich vorhanden. Ich muss länger heißen bei dir, Jungs. Macht's gut. Ciao, ciao. Okay, it's up. Okay, it's up.